Sehr gut, vielen Dank für Rammel-Oschi. Rammel-Oschi läuft bei dir. Guter Tag, hier ist der Guzoa wieder in Deutsch. Ich habe noch nicht umgestellt vom letzten Video, weil ich es ja auf Englisch hatte. Ich denke mal, ihr habt es mitbekommen. Und ja, ich denke einfach wirklich so als Test so ein bisschen. Dieses Normale, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz normales Quatsch-Video machen würde, das wäre auf Englisch echt eine harte Nuss. Aber ich sage mal so, das Normale, dass man da vielleicht ein bisschen im englischen Bereich echt noch ein bisschen weiterkommt, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, da haben wir es doch. That's what we wanna see every day. Barge. So, nee, ich war eigentlich im Deutsch. Nee, also dann sind wir natürlich erstmal im deutschen Bereich hier. Dann liefern wir hier erstmal ein bisschen ab. So schnell kann man sich an Englisch gewöhnen, ey. Schlimmes Ding. So, hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen Amok laufen. Zack, rein, ihr komm. Schön den Mortar außer Betrieb setzen hier. Oh, krass, aber hier so... Oh yeah, krass, noch einen fetten Dragon. Nice, Junge, nice. Der wird alles schön richtig auseinandernehmen. Kommt, hier haben wir hier sogar noch die Barbaren im Rage drin. Die kriegt man so schnell nicht umsonst geraged hier. Oh, schön, Drache geht wieder zurück in dem Rage bleibend. Sehr gut, schön noch die 50%. Aber ich meine, ganz ehrlich, mit dem Gold bin ich nicht zufrieden. Das ist natürlich echt eine Nummer, die leicht fail ist, aber... Ja, es ist okay. Ganz schnell mal Lazy Farming, Guzo, gucke deine Videos gerne, wenn ich mich mal entspannen will. Ja, vielen Dank. Mach weiter so und Clash on. Hier eben auch wieder nicht einfach nur so, ich setz mal was, sondern wirklich vorsichtig. Ich gucke mal, was da geht. Vielleicht kriege ich da irgendwas umsonst. Und dann geht's los. Dann die 6er Riesen. Klar, die ballern hier gut weg. Schön noch in Verbindung hoffentlich mit Mauerbrechern. Nein, noch nicht. Schade, die Mauerbrecher in Verbindung mit den Riesen hätten die sein müssen, auf jeden Fall. Dann wärst du da richtig gut reingekommen. Aber du hast ja noch 2 Riesen. Du hast ja noch nicht alles verspielt. Na okay, du hörst dann aber auch auf. Das hat dir gereicht. Klar, logisch, Lute ist weg. Was will man dann noch mehr? Dann holt man sich dann noch ein bisschen was vom Dunklen. Und man hat 52% und alles ist cool. Klar. Das läuft natürlich auf jeden Fall. Hatte 1,7, kann aber leider nichts mehr posten. Oh, schade. Äh, 4K Dunkles mit Elva Queen. Sehr gut. Sehr schön. Queen, hier, 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 hier. Queen Walk mit Elva Queen. Sehr gut. Vielen Dank für Rammel-Oschi. Rammel-Oschi läuft bei dir. Und hier absolut gar kein Problem. Also, wir reden hier von, oh Mist, ich hab leider nicht gerade drauf geguckt, wie viel Heiler es waren. Aber ich glaube, jetzt hat er 6 im Umlauf oder sowas. Um und bei? Kann das sein? Nee, das müssen mehr sein. Das müssen, ich muss das wirklich, ich, für eine qualifizierte Aussage muss ich das echt wissen. What? Das waren 4 Heiler. Alter, dann lasst uns nochmal sehen. Das waren nur 4 Heiler. Das ist richtig gut. Also, hier, gar kein Thema. So. Einzelschaden? Ja, okay, doch. Ja, ja, klar. Es ist nur ein Einzelschaden. Und der Einzelschaden vom X-Bow, ach komm, da, das Pille-Palle, der geht erstmal auf die Bogies. Da passiert nicht wirklich viel. Das ist klar. Aber ich hätte jetzt so am Anfang echt gedacht, boah, viel mehr. Ja, aber okay, da hast du wirklich die Menge. Jetzt muss, ah, schade. Äh, nee. Ist, das ist, ich will nur kurz mal im Voraus sagen. Dann lieber nicht so geizig mit den Heilern sein. Die Heiler früher rausdroppen, weil, ihr seht es hier selber, Luftabwehr ist nicht wirklich in dem Bereich, dass man jetzt sagen müsste, oh, jetzt wird sie hier gleich irgendwo geknackt. Das passt. Und außerdem hättest du von hier droppen können. Gar kein Thema. Also ich hätte nicht unbedingt von der Seite gedroppt. Weil ich sehe, die kommt, die geht jetzt da lang, dann droppe ich die von da. Aber egal. Ähm. Schade, dass du geraged hast. Aber gucken wir mal, wie es gelaufen ist. Der Rage hätte auch noch nicht sein müssen. Also ist absolut keine Kritik. Alles safe, alles cool. Ist ja schön, alleine schon, weil du ja gezeigt hast, sage ich jetzt mal, dass du das Dunkle bekommen hast. Von daher alles safe. Aber bloß, dass du halt weißt, ey, pass auf, da hast du die noch nicht, guck mal hier, jetzt hast du hier ein Problem. Du hast nicht genug gecleared. Guck mal. Ganz genau. Richtig. Das ist das, was, hier und jetzt, jetzt haben wir echt ein Problem. Noch hast du Glück. Wenn jetzt aber noch ein Einzelschaden dazugekommen wäre, wäre Mao gewesen. Also nimm auf jeden Fall noch ein paar mehr Heiler mit. Also mit sechs Heilern ist, das ist schön, dass es so gelaufen ist. Aber sechs Heiler sind selbst mir bei der 20er Queen teilweise zu wenig. Ja. Also ich hau da schon mal gerne 7, 8 drauf. Ganz klar. Und sollte man auch. Weil wenn ich überlege, wenn ich mir den Rage angucke, was kostet der? 35, glaube ich? 35? 33 oder 35? Das sind auch einfach mal drei Heiler wieder ein, so ein Rage. Muss man beachten. Aber sonst, wie gesagt, lief das Ding hier mega geil? Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, diese paar Sachen, sage ich mal, wirklich noch verfeinern. Und dann bist du dabei. Auf jeden Fall nice job. Auf jeden Fall. Kann man gar nicht meckern. Geiles Teil. Echt enge Kiste. Also ich wäre da vorsichtig. Mit vier Heilern. Dann lieber wirklich noch... Ja, ich meine, man kann jetzt auch nicht so viele Boogies wegnehmen und sagen, gut, okay, dann nehme ich vier Boogies zum Klieren. Das ist auch richtig. Also ich sage mal, die 14 Stück Boogies, selbst die sind schon relativ wenig. Es hat geklappt. Barge, wie gesagt, Barge auf vier wird durchgelaufen, kurz, weil er halt wirklich auch nice war. Ich meine, wir haben 400k im Goldbereich. Das ist schon echt ein guter Zauber. Kann man jetzt nicht meckern. Aber wie gesagt, ist halt only Barge. Und da ist halt wirklich... Da gucke ich mir halt... Selbst wenn ich jetzt eine Go-Wipe habe mit der Hälfte vom Loot, dann ist die Go-Wipe halt einfach interessanter. Ganz klare Geschichte. Aber schön, wirklich fast alles vom Gold geholt. Wollen wir mal nicht pingelig sein hier. Läuft. Sehr geil. Alter, aber was findet ihr? Ganz ehrlich. Ey, ihr findet einen Millionen-Raid beim Town Hall 8. Das ist schon echt krass. Das ist schon echt richtig, richtig krass. Ey, die waren halt auch wirklich ratzebatze voll. Richtig kranke Kiste auf jeden Fall. Ja klar, und dann hier noch eben gucken. Hier noch den King vorgesetzt eventuell. Nein, nee, hier. Stimmt, stimmt. In dem Bereich, weil hier wirklich noch zwei Sachen zu holen sind, vollkommen richtig. Da hätte ich sogar noch den King zuerst hier und dann die Bogies gleich da. Aber passt. Einwandfrei. Ganz klares Ding. Super gelaufen. GameStyler. Nice one. Nice one. So, das soll es gewesen sein. Ich will euch ja nicht zu sehr krass nerven. Also, wie gesagt, nicht immer hier nur, oh, ja, dann drei Loot-Folgen wieder hintereinander oder sowas. Möchte ich euch auch nicht unbedingt bringen. Das soll es dann auch nicht sein, weil, wie gesagt, das wird langweilig. Wir haben jetzt fünf Millionen. Ich würde gerne, ganz ehrlich, ich würde es gerne jammen, aber ich mache es nicht. Weil, wenn ich damit wieder anfange, dann ist es wieder, hmm. Und ich will ja auch irgendwann die fünfte Bauhütte bekommen. Und deswegen sollte das passen. Das war es von mir zu euch und ich wünsche euch was. Reingehauen. Ciao, ciao.